In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man die Ableitung einer Funktion skizzieren kann. In erster Reihe sollte klar sein, welche Bedeutung die Ableitung hat. Und zwar, die Ableitung ist kurz gesagt die Steigung. Und zwar, um genauer zu sein, die Steigung der Tangente. Das heißt übersetzt, wenn wir jetzt hier eine Funktion anschauen, f von x, und wir für diese Funktion das Schaubild der ersten Ableitung skizzieren wollen, dann müssen wir überall an dieser Kurve Tangenten anlegen und ihre Steigung ablesen. Mit dieser Werte können wir dann die Ableitung skizzieren. Ja, das hört sich mühsam an, ist es auch. Deshalb natürlich betrachten wir jetzt nicht unzählige Punkte, sondern nur ein paar ausgewählte Punkte, wie zum Beispiel diese hier. Und in dieser Punkte werden wir jetzt Tangenten anlegen und für diese Tangenten die Steigung schätzen. Also, von links nach rechts angefangen. In diesem Punkt könnte man eine Tangente anlegen. Ihr merkt, eine Tangente ist eine Gerade, die die Kurve in diesem Punkt berührt. Und wenn ihr jetzt die Steigung dieser Geraden schätzen müsstet, damit meine ich nicht Zahlenwert, sondern positiv oder negativ, solltet ihr auf jeden Fall erkennen, dass diese Gerade eine positive Steigung hat. Also, das könnten wir auf diese Art festhalten. m, also die Steigung, ist größer als 0. Im nächsten Punkt, wenn wir da eine Tangente anlegen, haben wir eine besondere Tangente. Man nennt diese auch waagerechte Tangente. Und alle waagerechten Tangenten haben immer die Steigung 0. Deshalb ist m hier gleich 0. Bei unserem dritten Punkt, wenn wir da eine Tangente anlegen, dann solltet ihr erkennen, dass die Steigung dieser Geraden oder dieser Tangente negativ ist. Deshalb m kleiner als 0. Im nächsten Punkt haben wir wieder eine waagerechte Tangente. Also, m wäre wieder 0. Und beim letzten Punkt hat die Tangente wieder eine positive Steigung. Deshalb m größer als 0. Und jetzt wollen wir natürlich die Ableitung dieser Funktion grob skizzieren. Und zwar mithilfe dieser Steigung, die wir uns vorher so näherungsweise vorgestellt haben. Die Tangenten habe ich jetzt weggelassen, sonst wäre es zu viel für dieses Schaubild. Und jetzt stellt sich nun die Frage, an welcher Stelle wir anfangen, die Ableitung zu zeichnen. Naja, die Antwort ist sehr einfach. An diese Stellen, wo man die Steigung am besten ablesen kann. Und zwar dort, wo die Steigung 0 ist. Also, wenn die Ableitung jetzt die Steigung ist und an dieser beiden Stellen die Steigung 0 ist, dann besitzt die Ableitung genau hier 0 Stellen. Also, unter dem ersten Punkt mit der Steigung 0 haben wir eine 0 Stelle bei der ersten Ableitung. Und über den zweiten Punkt. Also, diese zwei rote Punkte werden jetzt die 0 Stellen der ersten Ableitung. Und jetzt musst du nur noch entscheiden, wie die Ableitung oder Schaubild der Ableitung durch diese 0 Stellen verläuft. Also, von oben nach unten oder von unten nach oben. Und das ist sehr einfach zu entscheiden, weil wir schon ein paar Steigungswerte hier geschätzt haben. Also, wir betrachten diesen einen Punkt, was sich noch vor unserem Punkt mit der ersten Steigung 0 befindet. Und wir haben hier schon entschieden, dass das Schaubild eine positive Steigung hat. Für die erste Ableitung heißt das, alles, was über der x-Achse liegt, ist der positive Bereich. Und alles, was unter der x-Achse liegt, ist der negative Bereich. Also, wenn wir jetzt davor eine positive Steigung haben, bedeutet das, dass die Ableitung von oben auf diese 0 Stelle zukommt. Nach diesem Punkt mit der Steigung 0 erkennt man, oder sieht man beim dritten Punkt schon, dass die Steigung dieses Schaubildes negativ ist. Das bedeutet, die Ableitung muss ja im negativen Bereich gehen. Und ich merke schon, da kommt gleich mal eine Kurve. Der Grund dafür ist ganz einfach, wir müssen noch die nächste 0 Stelle erwischen. Deshalb verläuft natürlich die Ableitung grob gesehen so in diesem Bereich. Nach diesem zweiten Punkt mit der Steigung 0, wenn wir jetzt unser letzter Punkt hier betrachten, der hat wieder eine positive Steigung, muss natürlich die Ableitung wieder über die x-Achse gehen. Also, was wir an dieser Stelle sehen, ist ein grober Verlauf hier der ersten Ableitung. Und für den Fall, dass diese Erklärung zu schnell ging, drückt ruhig auf Pause und versucht nochmal in Ruhe nachzuvollziehen, wieso das Schaubild der ersten Ableitung ungefähr so aussieht. Bevor wir noch ein paar Beispiele anschauen, gibt es erstmal ein paar wichtige Hinweise. Das, was ihr hier seht, ist wirklich nur eine Skizze der ersten Ableitung. Das hilft euch, so ungefähr 95% der Aufgaben in diesem Zusammenhang gut zu meistern, gar kein Zweifel. Aber man kann es auch genauer machen. Daran gibt es auch keinen Zweifel, wenn notwendig. Genauer würde heißen, man trägt mehrere Tangenten an dieser Kurve an, liest über Steigungstraeck ihre Steigungen und dann hat man ganz genaue Werte, die man in diesem Koordinatsystem eintragen kann, um die erste Ableitung zu zeichnen. Mit dieser genauen Darstellung, besser gesagt Zeichnen der ersten Ableitung, werden wir uns hier in diesem Tutorial nicht beschäftigen. Ein passendes Tutorial dazu findet ihr am Ende im Abspann. Hier geht es wirklich nur darum, diesen groben Verlauf richtig zu interpretieren und darzustellen. Und noch eine Kleinigkeit, für den Fall, dass ihr im Unterricht das noch nicht behandelt habt. Diese zwei besonderen Punkte, die ihr hier seht, mit der Steigung 0, nennt man allgemein Extrempunkte. Der linke wäre ein Hochpunkt und der rechte ein Tiefpunkt. Und bei der nächsten Aufgabe werden wir sehen, es gibt noch einen weiteren besonderen Punkt mit der Steigung 0, der sogenannte Sattelpunkt. Und hier ist unsere erste Beispielaufgabe. Also, auch für diese Funktion möchten wir jetzt die erste Ableitung skizzieren. Und wir fangen genauso an, wie vorher angedeutet, und zwar mit dieser Punkte, wo die Steigung 0 ist. Also, von links nach rechts haben wir einmal hier die Steigung 0, einmal hier und dann noch einmal, grob gesehen, hier. Übrigens, die ersten zwei Punkte sind sozusagen Extrempunkte. Und der dritte Punkt hier wäre der sogenannte Sattelpunkt. Und da wir wissen, dass alle diese Punkte die Steigung 0 haben, können wir dann auch gleich die Nullstellen der ersten Ableitung eintragen. Also, die Ableitung hätte hier eine Nullstelle, sie hätte hier eine Nullstelle und hier eine Nullstelle. Und jetzt müssen wir nur noch entscheiden, welches Vorzeichen die Steigung der Funktion zwischen dieser Nullstellen hat. Also, von links nach rechts gesehen. Bis zu dieser ersten Stelle, wo die Steigung 0 ist. Ihr könnt erkennen, dass die Funktion fällt. Also, egal wo wir hier eine Tangentengleichung anlegen, wird diese Tangente immer eine negative Steigung haben. Jetzt, zwischen den beiden Punkten, da steigt oder geht die Kurve nach oben. Deshalb, egal wo wir hier eine Tangente anlegen, werden wir sozusagen eine positive Steigung haben. Also, M ist größer als 0. Nach dem zweiten Punkt, also zwischen zweiten und dritten Punkt, merkt man, dass die Kurve fällt. Also, egal wo wir hier eine Tangente anlegen, werden wir wieder eine negative Steigung haben. Und nach dem dritten Punkt fällt die Kurve weiter. Das bedeutet, wo wir hier eine Tangente anlegen, haben wir auch eine negative Steigung. Also, weil wir am Anfang eine negative Steigung haben, bis zu dieser Nullstelle, bedeutet das für uns, dass wir im negativen Bereich mit der Ableitung starten. Danach wird die Steigung positiv, und zwar bis zu der nächsten Nullstelle. Das heißt, wir gehen im positiven Bereich und jetzt müssen wir natürlich die nächste Nullstelle erwischen. Deshalb müssen wir wieder nach unten gehen. Hier, ab hier, geht die Ableitung wieder unter der x-Achse, weil die Steigung negativ ist. Und dann müssen wir gucken, dass wir die nächste Nullstelle erwischen. Allerdings ist das eine besondere Nullstelle. Ihr merkt, vor und nach diesem Punkt habt ihr immer eine negative Steigung. Das bedeutet, die Ableitung wird jetzt die x-Achse nicht schneiden, sondern nur berühren. Also, die Steigung wird kurz 0 in diesem Punkt. Und dann geht sie wieder nach unten. Und das hier wäre dann das Schaubild der ersten Ableitung. Also, ich schreibe hier noch f' von x. Ja, ihr merkt, dieser Sattelpunkt verkompliziert ein bisschen die Sache. Aber vereinfacht könnt ihr euch so vorstellen. Die Extrempunkte, also die Hoch- und die Tiefpunkte, besitzen immer einen Vorzeichenwechsel an der Nullstelle. Zum Beispiel hier bei der linken Nullstelle haben wir einen Vorzeichenwechsel von Minus zu Plus, also von negativen im positiven Bereich. Und beim Hochpunkt, dort wo die Nullstelle ist, haben wir einen Vorzeichenwechsel von Plus zu Minus. Und diese besonderen Sattelpunkte, wo auch die Steigung Null ist, haben nie einen Vorzeichenwechsel. Also, in diesem Fall kommen wir vom negativen Bereich und gehen wieder in den negativen Bereich. Natürlich, abhängig davon, wie die Kurve aussieht, kann genau andersrum sein, dass man vom positiven in den positiven Bereich geht. Das ist nie von Bedeutung. Von Bedeutung ist, dass ihr euch merkt, dass die Sattelpunkte nie einen Vorzeichenwechsel haben. Also, die schneiden nicht die x-Achse, sondern berühren sie nur. Unsere zweite Beispielaufgabe habe ich spaßmäßig betitelt mit Schwierig und auch Einfach. Naja, ihr seht ja, ihr habt eine ziemlich komische Kurve hier übrigens. Die sollte euch trotzdem bekannt vorkommen. Das ist das Schaubild oder das grobe Schaubild der Wurzelfunktion. Also, das wäre einfach Wurzelix. Und ja, die existiert nur im positiven Bereich, deshalb fängt unsere Betrachtung erst bei Null an. Okay, was ist daran schwierig an dieser Kurve? Schwierig wäre die Tatsache, dass sie keine besonderen Punkte mit der Steigung Null hat. Also, die Ableitung wird keine Nullstellen haben. Das macht uns jetzt ein bisschen das Leben schwer. Aber auch so ist es nicht besonders kompliziert. Also auch hier nicht. Weil man muss ja einfach nur an ein paar Stellen die Steigungswerte schätzen. Also, auch auf dieser Kurve werde ich jetzt ein paar Punkte wählen. Zum Beispiel am Anfang und dann noch zwei weitere Punkte. Und in diesen Punkten kann man sich wieder Tangenten vorstellen. Ich habe sie jetzt so ein bisschen kürzer dargestellt. Und für diese Tangenten müssen wir jetzt nur noch die Steigung schätzen. Also nicht schätzen über ein Steigungsdreieck, sondern einfach nur schätzen. Okay, was gut erkennbar sein sollte, ist die Tatsache, dass alle diese Tangenten eine positive Steigung haben. Jetzt stellt sich die Frage nur, welcher Steigungswert ist größer? Also, in welchem Punkt haben wir eine größere Steigung? Naja, dort, wo die Tangente am steilsten nach oben geht. Das bedeutet, hier am Anfang, die erste Tangente geht am steilsten nach oben. Deshalb wird sie die größte Steigung haben oder den größten Steigungswert. Die nächste Tangente hätte einen deutlich geringeren Steigungswert. Und die letzte ist fast komplett flach, also sie hat einen noch kleineren Steigungswert. So, diese Steigungswerte kann man sich auch wie folgt vorstellen. Also, den größten Steigungswert wähle ich da irgendwie oben auf der Y-Achse. Dann brauche ich einen niedrigeren Steigungswert. Also wähle ich hier unten. Und dann einen noch niedrigeren Steigungswert. Also zum Beispiel hier. Jetzt müssen wir diese Punkte nur noch verbinden. Und das werde ich auch hier an dieser Stelle versuchen zu machen. Und damit hätten wir eigentlich schon ein grober Verlauf der ersten Ableitung. Also das wäre dann F' von X. Und bei unserem dritten und letzten Beispiel werden wir uns sozusagen die einfachste Ableitung der Welt anschauen. Wieso, warum, weshalb, klärt sich gleich. Also, diejenigen von euch, die diesen Kurvenverlauf kennen, wissen wahrscheinlich, dass sich hier um die E hoch X-Funktion handelt. Oder um die natürliche Exponentialfunktion. Und wenn man an dem Schaubild dieser Funktion versuchen würde, Tangenten anzulegen und Steigung abzulesen. Also so, wie hier mit dieser grünen Punkte angedeutet. Dann würde man erstaunlicherweise herausfinden, dass die Steigungswerte identisch sind mit den Funktionswerten. Also, das wären zum Beispiel die Werte für die erste Ableitung. Und das könnte man mehrmals machen und am Ende herausfinden, dass die Ableitung genauso aussieht wie die Anfangsfunktion. Also, diese Kurve wäre auch gleichzeitig das Schaubild der ersten Ableitung. Das ist eine Besonderheit, die nur im Zusammenhang mit der E-Funktion auftaucht. Zum Schluss noch ein paar Hinweise. Natürlich ist es unter Umständen auch wichtig, die Ableitungsfunktion ein bisschen genauer zeichnen zu können. Außerdem, in diesem Zusammenhang spielt auch die NRW- oder New-Schema eine wichtige Rolle. Vor allem im Zusammenhang mit Aufgaben, wo man Aussagen am Schaubilder als wahr oder falsch bezeichnen muss. Und für diejenigen von euch, die so weit sind mit dem Stoff, natürlich auch die grafische Integration oder das Zeichnen von Stammfunktionen und Integralfunktionen. Wenn bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, ein Like, ein ertes Kommentar oder sogar ein Abo kostet nichts. Und wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr meinen Kanal trotzdem abonnieren. Wer weiß, vielleicht gefällt euch mein nächstes Video.